Banking geht auch anders. Anders ist gut. VKB Bank. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum VKB Bank Wirtschaftsgespräch hier am Regionalspartag 2020. Dieser Regionalspartag findet schon deutlich länger statt, als eine Erfindung der Corona-Krise wäre, nämlich schon über zehn Jahre. Und hat eigentlich eine besondere Tradition, die wir heuer auf Basis dieser herausfordernden Zeit abändern mussten. Wir haben uns zu einer neuen Veranstaltungsform heute hier entschieden, zu einer sogenannten hybriden Veranstaltungsform. Das heißt, einerseits gibt es viele Menschen, die mich jetzt und Sie später auch sehen über ihre mobilen Endgeräte von zu Hause. Vielleicht gerade kochen, vielleicht gerade im Büro sitzen oder sonst wo, dementsprechend uns zusehen. Das ist das eine und das andere ist halt hier diese Präsenzsituation in einem Raum, der normalerweise bei so 250, 300 Personen gut gefüllt ist, sitzen wir heute weit entfernt, gut desinfiziert und mit richtigem Corona-Abstand, um insgesamt auch hier eine Präsenzsituation machen zu können. Also herzlich willkommen zu diesem VKB-Bank-Wirtschaftsgespräch. Wir wollen heute, Sie haben es der Einladung entnommen, über Achtsamkeit, über Mut, über auch die Frage des Weitblicks sprechen. Und wir haben uns so im Vorführfeld für diese heutige Veranstaltung gedacht, es wäre doch wichtig zu sehen, einerseits diese Krisensituation, die Schäden einmal einzuordnen, auf der anderen Seite zu sagen, was können wir schon aus den letzten Monaten lernen und vor allem auch Ausblick geben, Weitblick geben, um insgesamt vielleicht auch mit Zuversicht, und das ist ja ein wichtiger Punkt, in die nächsten Monate gehen zu können. Und dazu haben wir verschiedenste Vertreter aus dem unterschiedlichsten Spektrum der oberösterreichischen Gesellschaft eingeladen. Wir haben Vertreter hier aus dem Bereich der Kirche, wir haben Vertreter aus dem Bereich der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, viele Unternehmer, die auch hier sitzen und natürlich auch aus der Politik. Und die darf ich vielleicht gleich zu Beginn begrüßen. Darf einmal natürlich noch einmal alle Zuseher, die uns über Videostream verfolgen, insgesamt nochmal herzlich begrüßen. Also alle Zuseherinnen und Zuseher. Darf natürlich alle Unternehmerinnen und Unternehmer, alle VKB-Bank-Kunden und Kundinnen hier herzlich begrüßen. Und darf aber beginnen, vielleicht auch jetzt gerade in dieser Phase, besonderes Zeichen mit unserem Diözesanbischof Dr. Manfred Scheuer. Herzlich willkommen, ein herzliches Grüß Gott. Danke für Ihre Teilnahme heute. Natürlich darf ich auch begrüßen, den Aufsichtsrat Vorsitzender VKB-Bank, Mag. Mag. Matthias Schobesberger. Herzlich willkommen. Ja und im zweiten Teil der heutigen Veranstaltung haben wir eine spannende Podiumsdiskussion vorbereitet. Und auch hier darf ich die Referenten, auf die ich später noch eingehen werde, auch herzlich begrüßen. Beginnen darf ich mit dem Vizepräsidenten der Wieshoffskammer Oberösterreich, Kommerzialrat Leo Jindrak. Herzlich willkommen. Professor Dr. Stefan Fink, Chief Economist KPMG Österreich und Professor für Finanz- und Risikomanagement. Und der dritte Teilnehmer ist unser Professor, Diplom-Ingenerer Dr. Heimo Losbichler, Studiengangsleiter Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement. Herzlich willkommen. Ja und um dieses Podium insgesamt komplett zu machen, haben wir uns natürlich auch den Herrn Generaldirektor Mag. Christoph Wurm noch dazugenommen, um insgesamt die spannenden Perspektiven zu ergänzen und vielleicht auch aus der Sicht der Bank, der VKB-Bank, dementsprechend näher zu bringen. Daher herzlich willkommen. Danke auch für die Einladung für uns heute. Ja, der Herr Vorstandsdirektor Mag. Alexander Seiler wird uns auch gleich im Begrüßungs-Talk dementsprechend die Ehre geben. Auch Sie herzlich willkommen. Naturgemäß sind auch alle Aufsichtsratsmitglieder, alle Beiratsmitglieder herzlich willkommen. Und besonders darf ich noch den ehemaligen VKB-Bank-Generaldirektor, Kommerzialrat Dr. Gerhard Krenner herzlich begrüßen. Ja und ich habe vorher schon angedeutet, wir haben ja nicht nur Vertreter der Wirtschaft, der Wissenschaft, aus der Kirche, sondern auch aus der Politik. Und da darf ich vom Oberstischen Bauernbund den Herrn Direktor Ingenieur Wolfgang Wallner herzlich in unserer Mitte begrüßen. Herzlich willkommen. Und natürlich alle Medienvertreter, die heute anwesend sind, es wird durchaus eine große Aufmerksamkeit und Interesse an der heutigen Veranstaltung. Wahrscheinlich auch im zunehmenden Augen oder im Blick des morgigen Tages, wo wir hoffentlich heute noch einige Einschätzungen und Einordnungen bekommen werden. Also auch alle Medienvertreter herzlich willkommen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe es schon angedeutet, wir sind in einem anderen Format. Und dieses Format ist quasi Corona-bedingt. Man hat insgesamt derzeit eine Situation, wo wir, und das sage ich jetzt als Meinungsforscher, weil mein Hauptberuf ist ja eigentlich die Meinungsforscher und die Moderation, wird man wahrscheinlich auch merken. Aber tatsächlich ist der Punkt, den wir heute so mitnehmen können an Bevölkerungsstimmung, die insgesamt sehr trist ist. Wir erleben in der Frage beispielsweise der Zuversicht, und die soll es ja heute auch gehen, einen Tiefstand seit 1972. Wir erleben insgesamt viele Menschen, die sagen, da verändert sich plötzlich vieles. Und als gelernte Österreicher wissen wir ja auch, dass viele sich die Verbesserung wünschen, aber eben nicht die Veränderung. Also im Sinne von, da ist jetzt vieles dementsprechend im Fluss und darüber wollen wir heute sprechen. Und ehrlicherweise geht es natürlich auch immer um die Frage der Perspektive. Und da waren am Anfang der Krise, gerade am Anfang dieser schrecklichen Pandemie, viele Menschen der Meinung, es wird eine große Hoffnung auf ein besseres, auf ein bewussteres Leben danach auch geben. Mittlerweile haben wir die Einschätzung, dass das ziemlich schwindet und plötzlich auch eine Patschstellung auch sich insgesamt ergibt. Also die Daten sind insgesamt durchaus sehr ernüchternd in der aktuellen Zeit. Es stehen wahrscheinlich auch einige schwierige Monate vor uns. Die werden wir gemeinsam reflektieren. Und damit wir das gleich gemeinsam reflektieren, darf ich gleich die beiden Hausherrn, den Herrn Generaldirektor Mag. Christoph Wurm und den VKB-Vorstandsdirektor Mag. Alexander Seiler auf die Bühne bitten. Bitte zu den Bodenmarkierungen und bitte sich mit dem Mikrofon auszustatten. Ja, wir stehen auch hier, Sie sehen es auch mit dem nicht nur Respektabstand, sondern auch mit dem Corona-bedingten Abstand ein bisschen auseinander. Das ist ein bisschen ungewohnt auch, aber ich glaube, so ist es jetzt einfach am besten auch im Sinne dieser Präsenzveranstaltung. Ja und Herr Generaldirektor, ich glaube, es geht natürlich heute darum, dieses Wirtschaftsgespräch einmal einzuordnen. Und da würde ich einfach bitten, mal zu sagen, was ist es genau, was wollen wir auch oder was wollen Sie damit auch erreichen? Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren hier im Kundenforum der VKB-Bank, aber auch an den Telefonen, Mobiltelefonen und Bildschirmen oberösterreichweit und vielleicht noch viel weiter. Und genau um das geht es uns heute. Wir haben nicht geglaubt, dass es eine derartige Aktualität gibt und die Bedeutung dieser Veranstaltung heute kann gar nicht genug betont werden. Es geht uns darum, dass wir uns auseinandersetzen, dass wir uns gemeinsam auseinandersetzen, einen Weg zu finden in dieser besonderen Zeit, in einer Zeit, die natürlich geprägt ist von Unsicherheit und von vielen unbestimmten Faktoren. Und wir sind überzeugt, dass wir in einer gemeinsamen Auseinandersetzung, in einer gemeinsamen inhaltlichen Auseinandersetzung einen Beitrag für mögliche Lösungen finden und leisten können. Okay, der Beitrag quasi für die nahe Zukunft, für die mittelbare Zukunft. Herr Mag. Seiler, das Motto des VKB Regionalspartags ist ja stark geprägt durch Miteinander nachhaltig und auch Wachsen. Wie ist das zu verstehen? Vielleicht können Sie uns da noch einen Hintergrund geben. Bitte. Sehr, sehr gerne. Aber lassen Sie mich zunächst einen recht herzlichen Dank an alle Ausdrücken, die unserer Veranstaltung heute folgen, hier im Kundenforum der VKB Bank, aber auch über die digitalen Medien ein recht herzliches Danke, dass Sie uns die Zeit schenken. Regional, Regionalität in unseren Filialen, persönliche intensive Gespräche über Telefon und natürlich sämtliche Online-Kanäle. Das ist das, was uns in den Regionalspartagen 2020 sehr, sehr wichtig ist in der Verbindung zu unseren Kundinnen und Kunden. Wir teilen sehr gerne und sehr dankbar die Werte mit unseren Kundinnen und Kunden und gerade in unsicheren und bewegten Zeiten wie jetzt ist eine gemeinsame Wertebasis sehr, sehr wichtig. Zusammenhalt und Zusammenstehen, Verbundenheit bringen uns Mut und Zuversicht. Und in Krisenzeiten ist ein näher Zusammenrücken, auch wenn das physisch nicht möglich ist, aber in Gedanken, aber auch in Worten und nicht zuletzt im Handeln sehr, sehr wichtig. Und diese Werte sind es, die uns leiten lassen für unser Motto des Regionalspartages heute, aber auch der Regionalspartage insgesamt, miteinander nachhaltig wachsen. Ein Miteinander von Menschen und Unternehmen, ein Miteinander von Generationen, den heutigen Generationen, aber auch den zukünftigen Generationen und ein Miteinander von Wirtschaft und Gesundheit. Gemeinsam werden wir es schaffen, mit der entsprechenden Bereitschaft auch zu investieren, diese schwierige Phase auch hinter uns und erfolgreich hinter uns zu bringen. Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist der VKB Bank als Regionalbank, die aus der Region Spareinlagen und Einlagen in sinnvolle Projekte in unserem Bundesland ermöglicht, sehr, sehr wichtig. Nachhaltigkeit bedeutet, nicht nur ein sorgsames Auge auf Umwelt, auf Gesundheit zu haben, sondern auch ganz stark zu betrachten, welche Auswirkungen hat es für die nachfolgenden Generationen. Ein Handeln, ein Leben auf Kosten nachfolgender Generationen hat nach unserer Meinung, auch nach meiner ganz persönlichen Meinung, nichts mit Nachhaltigkeit und nichts mit Zukunftsfähigkeit zu tun. Und letztendlich auch natürlich das Thema Wachstum. Bei allen trüben und grauen Aussichten, die vielleicht heute Tag aktuell sind, lassen wir uns bitte nicht den Blick für die Potenziale und Chancen, die es natürlich auch aktuell und in der Zukunft gibt, nehmen. Lassen wir uns das nicht nehmen, dass wir mit Zuversicht in die Zukunft blicken und dass wir gemeinsam investieren und daher auch meine Bitte und meine Einladung an alle Wirtschaftstreibenden. Kommen Sie zu uns in die Filialen der VKB-Bank, lassen Sie sich beraten. Wir sind das Tor zur Liquidität, wir sind das Tor zum Geld und wir helfen Ihnen gerne dabei, Ihre zukünftigen und nachhaltigen Projekte mit zu unterstützen und zu finanzieren. Also auch die VKB-Bank ein nachhaltiger Partner auch in dieser Situation. Herr Generaldirektor, ich habe es schon vorher angedeutet, dieser Regionalspartag, den gibt es nicht erst, seitdem alle dieses Wort Regionalität erfunden oder gesucht haben und da jetzt auch sehr strapazieren. Das gibt es ja schon deutlich länger. Was gibt es da für einen Hintergrund und warum sind diese Werte Nachhaltigkeit und Regionalität für eine Regionalbank so zentral? Weil es für uns darum geht, diese ganz besondere Lebenswerteregion Oberösterreich zu unterstützen, Verantwortung dafür zu übernehmen und gemeinsam miteinander nachhaltig in Oberösterreich zu wachsen. Denn Wachstum braucht es zur Weiterentwicklung und das Gemeinsame braucht es, dass alle zusammenhelfen, das Beste daraus zu machen. Und ich möchte gleich eine Lanze dafür brechen und einen Einstieg dann in die Diskussion zu schaffen. Wir haben eine Herausforderung, die global ist. Es geht also meines Erachtens auch darum, global zu denken und es geht darum, bestehende Organisationen, die global arbeiten, auch gemeinsam zu nutzen, in Europa zusammenzuhalten, die Europäische Union, die Europäische Gemeinschaft dafür zu nutzen, das Beste daraus zu machen. Aber dann aus der Verantwortung heraus in unserer Region Oberösterreich bestmöglich umzusetzen und das auch zu leben. Okay, das heißt global denken und regional wachsen. Herzlichen Dank, Herr Generaldirektor. Wir sehen uns gleich wieder. Ich darf wieder bitten, die Plätze einzunehmen. Herzlichen Dank für diese erste Talkrunde. Ja, es ist wie gesagt eine besondere Freude, eine besondere Ehre, den Bischof Dr. Manfred Scheuer gleich auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Und Sie auch gleich rund um so das Thema der gesellschaftlichen Perspektive einzuladen, zu beleuchten. Es geht so um die Grundstimmung in der Bevölkerung. Es geht darum, was können wir auch wieder tun, um aus dieser Krisensituation herauszukommen, quasi aus Ihrer Perspektive. Ich nehme die Grundstimmung als sehr plural wahr. Das sind durchaus Ängste. Ängste um die Arbeit, Ängste um die Gesundheit, Angst vor der Vereinsamung, gerade auch bei älteren Menschen. Angst vielleicht auch zu kurz zu kommen oder rauszufallen. Manchmal machen sich aggressivere Töne breit. Auch Verwerfungen kommen vor. Es gibt aber auch den Grundzusammenhalt. Den spüre ich schon. Das war vielleicht im März, April einmal stärker. Und dann hat es eine gewisse, nicht Gleichgültigkeit gegeben, aber man hat es vielleicht auch nicht mehr ganz so ernst genommen. Das wird jetzt in den letzten Tagen und Wochen schon wieder relevanter und auch brisanter. Es gibt das Schauen aufeinander, aber auch durchaus fast die Verletzung, ich habe mich jetzt so angestrengt und jetzt darf ich das nicht mehr tun. Oder das Gefühl, verwundbar zu sein. Miteinander verwoben zu sein, im Guten und auch im Schlechten. Auch abhängig zu sein. Das ist ja durchaus gegenüber der Souveränität der eigenen Person manchmal nicht ganz so leicht zu akzeptieren. Ich hoffe, dass wir insgesamt eine gemeinsame Richtung finden, nämlich auch die unterschiedlichen Bereiche der Gesellschaft, sei es Kultur, Bildung, Gesundheit, Politik, Soziales, Wirtschaft. Ich glaube auch, dass die Spiritualität, dass die Kirche da einen wichtigen Beitrag leisten kann, dass das nicht einfach jetzt abgespaltene Sachen sind, sondern dass die aufeinander verwiesen sind und sich gegenseitig auch bereichern und ergänzen. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, für mich jetzt übersetzt in Richtung Schulterschluss in der Gesellschaft, Schulterschluss der Gemeinschaft insgesamt. Schulterschluss, ich habe einmal jetzt vor einigen Tagen gehört, ich würde, wir würden jetzt von der Bussi-Bussi-Gesellschaft zur Ellbogengesellschaft kommen, zumindest was das Grüßen anlangt. Schulterschluss, ich würde eher sozusagen einmal aufeinander schauen, es sind andere Formen der Aufmerksamkeit da, als die sozusagen die brachiale Gestalt. Zum Beispiel auch die Blicke, also nämlich wahrzunehmen, was andere brauchen oder auch die Zärtlichkeit des Blicks oder auch die Dringlichkeit des Blicks. Die Dringlichkeit, die mir sagt, du darfst mich nicht im Stich lassen, du darfst mich nicht verachten. Und da komme ich noch zu etwas, was ja auch in diesen Tagen höchst brisant ist, nämlich die Vorgänge nicht nur in Frankreich. Also wie Gewalt oder auch Verachtung oder Ausgrenzung, Terror, letztlich auch das Zusammenleben umformen. Wie unterschiedliche Ideologien, Ansätze nicht mehr miteinander können. Das glaube ich spielt ja in die Corona-Krise durchaus auch mit hinein. Also ja, wie gibt es da Formen von Solidarität? Wie gibt es auch Formen vielleicht des Aushaltens von Gegensätzen, ohne die mit Gewalt oder Verachtung zu bewältigen? Das sehe ich schon als große Herausforderung an. Das wäre quasi auch der Appell des heutigen Vormittags, Mittags. Vielleicht, Herr Bischof, noch einen Aspekt, wir werden ja nachher sprechen mit der Wissenschaft, mit der Wirtschaft, mit Unternehmen, wo es ja auch darum geht, wie schafft man da eine neue Balance zwischen den Dingen, die sich da jetzt in der Krise entstehen, die menschlichen Situationen und auf der anderen Seite aber trotz der Notwendigkeit, dass das wirtschaftliche Leben ja am Laufen bleiben muss im weitesten oder im engeren Sinn. Wie sehen Sie da, was könnte da für ein Anreiz oder für ein Signal auch an die Gesellschaft gehen? Vorrang in der Wirtschaft, aber auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen soll der Mensch haben, auch die menschliche Person. Das ist ja auch ein Grundzug der katholischen Soziallehre. Dazu kommt die Solidarität, die Subsidiarität, die Nachhaltigkeit. Ich glaube, es ist durchaus kein Gegensatz zu sagen, in der Mitte steht der Mensch und die Wirtschaft ist wichtig. Weil der Wert des Menschen drückt sich zum Beispiel auch darin aus, dass er arbeiten kann. Wie wichtig ist denn zum Beispiel Arbeit auch für den Selbstwert eines Menschen, für die Identität, für das Selbstbewusstsein. Sinnfindung vielleicht auch. Oder auch wie wichtig ist die Wirtschaft zum Beispiel für ein Gesundheitssystem. Oder wie wichtig ist Wirtschaft auch für die Bildung in unserem Land. Oder auch, dass es tragfähige soziale Strukturen gibt für jene, die sonst durch den Rost fallen würden. Also ich denke, es gilt durchaus die Besinnung darauf, jeder, jede hat eine unantastbare Würde, einen Wert, der nicht durch andere einfach zugeschrieben oder abgeschrieben wird. Auf der anderen Seite, wir brauchen gerade auch für die Erfahrung dieses Wertes, dieser Würde auch gute gesellschaftliche Strukturen und wir brauchen gute persönliche Netze. Das sehen wir zum Beispiel gerade auch beim Gesundheitssystem. Wenn das funktioniert, aber niemand kommt, der besucht, der mich anschaut, der mich vielleicht auch zärtlich streichelt, dann verkümmere ich dennoch. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den wir auch insgesamt bei der wirtschaftlichen Betrachtung heute nicht vergessen dürfen. Das ist ja nicht nur um die Frage, wie schaut es mit der Wirtschaft aus und wie geht es ja auch sozial weiter. Die Frage der Einsamkeit, die heute schon angesprochen worden ist oder auch die Fragen der sozialen Situationen und Konflikte. Herr Bischof, herzlichen Dank für Ihre Einordnung. Ich danke und bitte Sie wieder Ihren Platz einzunehmen. Dankeschön. Also es sind ja tatsächlich in dieser Krise mehrere Aspekte besprochen, einerseits wirtschaftlich, sozial, aber auch gesundheitlich. Die Krankenhäuser haben wir gerade angesprochen, sind ja auch jetzt in einem besonderen Blickwinkel jetzt auch wiederum durch die höheren Infektionszahlen gerutscht. Ich würde jetzt gerne auf Basis der volkswirtschaftlichen, auf der Frage der wirtschaftlichen Entwicklung weiter diskutieren und darf da meine Podiumsdiskussionsteilnehmer heraufbitten. Und beginnen darf ich mit dem Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Kommerzialrat Leo Jindrak. Bitte kommen Sie zu uns auf die Bühne. Ich darf zwar nicht sagen, dass er der Erfinder der Linzerdorte ist, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass es die beste Linzerdorte zurzeit ist. Also auf jeden Fall mal von dem her, wenn Sie ihn kennen, sein Haus Jindrak insgesamt in der Herrenstraße und auf der Landstraße. Ja, ich darf auch bitten, den Herrn Prof. Dr. Stefan Fink, Chief Economist KPMG Österreich und insgesamt mit dem Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre. Und das wird uns natürlich heute auch einige Perspektiven eröffnen. Er unterrichtet nicht an der FH Oberösterreich in Steyr, sondern ist auch Lektor in Linz und in Salzburg an den Universitäten. Herzlich willkommen. Ich darf dann den Herrn Prof. Dr. Heimo Losbichler zu uns bitten. Er ist Studiengangsleiter Kontrolling, Rechnungswesen und Finanzmanagement an der FH Oberösterreich in Steyr. Zeitgleich auch noch Vorstandsvorsitzender der Internationalen Kontrollervereins, was ich gelesen habe, und auf der anderen Seite auch von internationalen Vereinigungen. Herzlich willkommen. Und ich darf bitten, den Herrn Generaldirektor, den Hausherr und den Gastgeber, Magister Christoph Wurm, zu uns heraufzukommen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir wollen jetzt die Zeit nutzen, die nächsten 40, 45 Minuten herum, um tatsächlich jetzt mehrere Perspektiven auf diese Krise dementsprechend zu ziehen. Unterschiedlichst einmal zu beginnen, vielleicht auch chronologisch in der Frage, was ist da im März eigentlich passiert, was ist dort insgesamt für ein Schaden entstanden und dann weiterzugehen in der Frage, was sind so die ersten Learnings daraus. Es geht ja darum, in einer Krise in der ersten Situation als Feuerwehrmann quasi den Brand zu löschen, aber in der zweiten Situation vielleicht als Architekt wieder heranzugehen und zu sagen, wie könnte man denn das auch neu gestalten. Und das wird dann so im zweiten Bereich der wichtige Punkt sein. Und der dritte, der Generaldirektor hat es ja heute schon erwähnt, wir könnten ja fast gar nicht aktueller sein, also könnten wir noch morgen mittags vielleicht noch dementsprechend diese Veranstaltung machen. Also auch in Wahrheit den Ausblick zu wagen, was wird denn da vielleicht morgen beschlossen, was wird denn das auch bedeuten, nämlich jetzt insgesamt für die Dimension bis zum nächsten Osterfest, wenn wir das jetzt überlegen. Sie wissen, die zeitspannende Ostern war im ersten Lockdown ein spannender Punkt. Jetzt ist die Frage dunkle Monate, die auf uns zukommen, dunkle Wochen und da ist die Frage, in welche Richtung geht es dann auch, wenn es wieder eine positive Perspektive gibt. Ja und Sie sehen, wir sitzen auch weit genug Corona-gerecht auseinander, wollen aber die Gedanken jetzt baumeln lassen und da darf ich vielleicht mit Ihnen, Herr Vizepräsident, beginnen. Die oberstädische Wirtschaft gilt ja als exportorientiert, insgesamt halten Sie sich um eine globale Krise, was wahrscheinlich das nicht gerade befördert. Wir haben auf der anderen Seite eine große Struktur von Klein- und Mittelbetrieben, vieles im Bereich Handel und auch im Tourismus. So eine erste Einschätzung, was ist da seit März passiert, wie ist da der aktuelle Stand? Ja, danke einmal, herzlich willkommen und danke für die Einladung, dass ich da sein darf. Ja, ich möchte es vielleicht ein bisschen verbinden, einerseits als Vizepräsident, andererseits als Unternehmer, der das hautnah mitgespürt hat. Wir haben damals im März den Lockdown alle erlebt, ich glaube, man braucht nicht mehr darüber reden. Aber es war, und wenn ich gefragt werde heute, wie war das, ich habe das immer empfunden und das sage ich auch dazu wie in einem Science-Fiction-Film. Ich bin in das Geschäft gefahren, wo wir heruntergefahren sind, wir haben auch fünf Wochen komplett geschlossen gehabt. Es waren keine Leute auf der Straße, es war alles da, es waren Lebensmittel noch da und wir haben gesagt, wie geht es weiter. Und es ist viel passiert seitdem, es hat zuerst geheißen eine, zwei Wochen, dann ist das Ganze auf fünf Wochen, dann auf acht Wochen für die Gastronomie. Und wenn wir heute schauen, wir haben viele, wenn wir jetzt schauen, am Konjunkturthermometer, es gibt Minimal und Maximal. Wir haben viele Maximale, die wirklich gute Geschäfte gemacht haben in dieser Zeit, die die Auftragsbücher wirklich zum Bersten voll haben. Aber ich denke, es gibt viel mehr, die Minimal, die wirklich Verlierer dieser Krise sind. Und an diese müssen wir jetzt denken, wir reden jetzt noch nicht, was jetzt morgen verkündet wird, weil das machen wir im Anschluss noch. Aber ich denke, gerade viele Branchen, ob es kleine, KMU, EPU, KMU, aber auch Großbetriebe sind, exportbedingt und so weiter, wenn ich an die Automobilbranche denke oder Zulieferfirmen, also es hat viele massiv getroffen. Aber wir haben geschaut, dass wir was tun und da haben wir viel getan, aber da werden wir auch noch dazu kommen. Aber wie gesagt, es war und es ist immer noch ganz anders, es hat sich vieles verändert. Und wir können jetzt nur schauen, sowohl als Wirtschaftskammer etwas zu tun, als Funktionäre die Leute bei Laune zu halten und selbst nicht die Nerven wegzuschmeißen, sage ich mal. Ich meine, ein Aspekt, den wir im Vorfeld kurz angesprochen haben, haben Sie mir berichtet, dass Sie auch im Lockdown dann einmal die Möglichkeit gehabt hätten, Ihr Geschäft zu eröffnen, aber es dann nicht getan haben. Vielleicht kurz da noch eine Perspektive, egal was uns jetzt morgen erwartet und wir wollen auch später darüber sprechen, aber nur so aus dem heraus, was Frequenz bedeutet, was Einkaufsstraßen bedeuten, wenn eben die Leute wie im Science-Fiction-Film fehlen. Ja, das Wichtigste war sicherlich und das ist, ich glaube allen Unternehmerinnen und Unternehmern bewusst geworden in dieser Phase jetzt mit Corona, man muss viel mehr rechnen wie vorher. Und das war auch bei uns ein Thema, wir haben täglich gerechnet, rechnet es sich, ob wir eine Filiale aufsperren oder nicht aufsperren und es war nett, wir als Konditorei Verkauf haben aufsperren dürfen, sprich wir hätten verkaufen dürfen, aber wenn keine Leute auf der Straße sind, keine Leute in den Einkaufszentren und keine Leute einkaufen wollen, weil es heißt, bleiben Sie zu Hause, dann wird es schwierig, vor dem fürchten wir uns morgen auch, muss ich auch jetzt vorweg sagen, aber ich muss sagen, ja, es war so und wir haben täglich gerechnet, das Schwierigste war den Kunden, das beizubringen, warum wir nicht offen haben, aber wenn man es dann mit den Leuten reden kann und ich habe viele Gelegenheiten genutzt, weil ich war jeden Tag in der Stadt und habe immer wieder Leute getroffen, ja, warum habt ihr es nicht offen? Und dann hat man gesagt, ja, aber es rechnet sich nicht und das war die harte Phase dran, einfach. Ja, und diesen Rechenstift, wenn ich das gleich so weitergeben darf, Herr Professor Fink, werden wahrscheinlich viele Unternehmen gesehen haben, Sie als volkswirtschaftlicher Experte, vielleicht können Sie uns über diese erste Phase, die erste Schadensphase, so quasi ab März bis in den April, Mai, mal darstellen, was das für Oberösterreich generell für die Wirtschaft bedeutet hat. Also, wie auch schon angesprochen, also die Schärfe dieses Abschwungs, den wir da haben, also die Formulierung, die schärfste Rezession, die man hat seit dem Zweiten Weltkrieg, das kommt nicht von ungefähr. Das ist etwas, was wir hier besonders im zweiten Quartal erlebt haben, global und auch in Österreich, das ist etwas, was in der Form sicherlich gar nicht alltäglich ist. Und die Besonderheit ist aber auch, auf die jetzt schon hingewiesen wurde, wir hatten auch selten eine Situation, wo es sektoral so große Unterschiede gab. Also, es ist ganz unterschiedlich, während beispielsweise im ersten Halbjahr, selbst auf europäischer Ebene, die Pharmaziebranche sogar deutliche Zugewinne verbuchen konnte, sind wir, wenn man Europa hernimmt, also in der Automobilbranche, haben wir 52 Prozent an Wertschöpfung verloren. Und so stark das auseinander geht, gehen auch die potenziell weiteren Entwicklungen auseinander. Denn normalerweise ist es so, also wenn Volkswirte über Rezessionen reden, dann sagt man, okay, das trifft die Wirtschaft, das ist relativ symmetrisch. Meistens gibt es einen Schuldigen, das kommt entweder von der Nachfrage oder von der Angebotsseite. Die besondere Situation, die wir jetzt haben, es ist symmetrisch. Also, wir haben auf der einen Seite Unterbrechungen gehabt von Lieferketten, auf der anderen Seite, wie Sie auch erwähnt haben, die Leute haben ja gar keine Gelegenheit gehabt einzukaufen. Und das ist in der Art und Weise besonders und von dem ist natürlich auch die weitere Entwicklung abhängig. Das heißt also, auf die Frage zurückzukommen, ja, der Schaden ist signifikant, nicht gleich verteilt. Und auch das, was auf uns zukommt, ist jetzt nicht gleich verteilt. Und wie sich jetzt einzelne Branchen rüsten können auf das, was herkommt, da gibt es eben jetzt kein Patentrezept, sondern da gilt es jetzt wirklich genau zu schauen, also wo in einem bestimmten Sektor die Möglichkeiten liegen. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt für die Politik, wo welche Maßnahmen am meisten Wirkung erzielen können. Das heißt, insgesamt, wenn das ungleich verteilt ist, wird es ja sehr für spezifische Maßnahmen, je nach Sektoren in der Hilfe und Unterstützung einerseits andeuten. Und auf der anderen Seite gibt es ja durchaus Stimmen, und da würde mich Ihre Expertise sehr interessieren, die ja sagt, dass diese Krise ja Entwicklungen, die sie schon davor gegeben hat, noch einmal verstärkt. Also beispielsweise die Automobilbranche, haben Sie angedeutet, war wahrscheinlich jetzt schon 2019 im Dezember jetzt nicht die ganz sicherste Variante auf Basis einer Situation des Dieselskandals, der Frage der Bedeutung des Klimawandels und vieler anderer Aspekte. Also ist es jetzt tatsächlich, dass die in die Krise kommen, die schon davor in einer wirtschaftlichen schwierigen Entwicklung waren, oder kommen da auch neue dazu, die eigentlich gar nichts dafür im Sinne von für ihre Verschlechterung in Wahrheit haben? Also beide Entwicklungen sind hier ganz wichtig. Das Erste aufzunehmen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man natürlich auch sehr leicht dazu tendiert, alles auf Corona zu schieben. Und wir hatten natürlich strukturelle Herausforderungen, die vorher schon relevant waren. Es war auch nicht so, dass wir vorher in der Hochkonjunktur waren. Wir haben auch, was alle mitbekommen haben, ja erlebt, dass es in der Welthandelsdynamik, also Restriktionen im Welthandel wiedergekommen sind, die Herausforderungen darstellen. Der Transformationsprozess der Wirtschaft, den Sie vielleicht auch in der Automotivbranche angesprochen haben, den haben wir nicht nur da, sondern der Begriff der digitalen Transformation, das ist eine Herausforderung, die auch nicht beschleunigt wurde natürlich durch Corona, aber die vorher auch schon da war. Das heißt, ja, Entwicklungen, die vorher schon vorhanden waren, waren verstärkt, aber natürlich ist es schon so, dass durch die besondere Art der Krise jetzt im Dienstleistungsbereich da etwas passiert ist, wo Unternehmen Schwierigkeiten bekommen durch diese Krise. Aber die zentrale Frage, auch für die politische Reaktion darauf, ist dann Zukunftsfähigkeit, wo ich jetzt auch politisch die Ressourcen hinstecke, dass ich der Wirtschaft den möglichst großen positiven Impuls gebe. Und da ist es natürlich so, dass es natürlich auch Geschäftsbereiche gibt, wo man sagt, naja, da war das potenzielle Geschäftsmodell vorher schon problematisch, ist jetzt verstärkt worden. Und das ist natürlich die kritische Frage, wie man mit dem dann umgeht. Und da bedarf es wahrscheinlich dann echt der Architektur, um das neu aufzustellen und auch diese Situation zu verwenden. Ja, Herr Dr. Los-Bichler, vielleicht gleich eine Frage auch an Sie. Wir haben jetzt schon einiges gehört über die Frage, man fängt plötzlich zum Rechnen wieder an. Da springt bei mir dann schon das Thema Controlling und die Frage des Rechnungswissens an. Das heißt, wenn Sie jetzt aus der Perspektive nicht auf der Makroebene quasi der volkswirtschaftlichen Zusammenhänge, sondern ein bisschen uns einsteigen lassen im Unternehmen an sich. Sie gelten ja auch als Krisenerbrote in vielen Bereichen. Also was sind da so die Learnings jetzt direkt schon aus dem Unternehmen? Was haben da die Unternehmen bislang schon gerechnet? Das ist eine breite Frage. Ich versuche es ein wenig zu beantworten, wobei es schwierig ist, zu verallgemeinern entsprechend der Krise. Aber was wir glaube ich schon gesehen haben, und das wird teilweise angesprochen vom Stefan Fink, üblicherweise ist in einer Krise, wo man sagt, von mir ist der Absatz bricht ein, oder irgendwie meine Produkte sind nicht mehr en vogue und ich spüre die Krise. Und das ist ein schleichender Prozess. Also in einer strategischen Krise, in einer Ergebniskrise, irgendwann dann in eine Liquiditätskrise rein. Dieses Mal war es schon so, zwar sektoral abhängig, aber wir haben ganz viele Unternehmen gehabt, die unglaublich ertragsstark waren und über Nacht plötzlich entweder gehindert waren, politisch gehindert waren durch die Reglements, nicht mehr verkaufen zu dürfen oder nicht mehr Dienstleistungen anbieten zu dürfen. Also was wirklich über Nacht gekommen ist, was man sich bis jetzt nicht vorstellen hat können. Oder weil plötzlich die Lieferkette eingebrochen ist und man hat eigentlich nicht mehr produzieren können, obwohl vielleicht sogar die Nachfrage noch da gewesen wäre. Also es hat dieses Mal schon viele Unternehmen erwischt, die eigentlich gar nicht damit gerechnet haben. Und das macht es, glaube ich, auch insgesamt irgendwie schwierig zu sagen, ich rechne etwas oder ich stelle mich auf etwas ein. Also diese Black Swan Theory, die hat sich leider Gottes jetzt wieder sehr stark beschäftigt. Und vielleicht als persönlicher Rückblick, wo ich mir denke, ich bin durchaus krisenabprobt, also aus der persönlichen Erfahrung zweimal in einer Liquiditätskrise gescheitert und unterrichte auch Strategie und von dem her bin ich, glaube ich, sehr in was kann kommen und wie müssen wir uns frühzeitig ausrichten. Und wir sind in den Weihnachtsfeiertagen vor dem Fernseher gesessen und haben so erste Berichte von China gehört und gesagt, China. Dann waren die ersten Berichte von Italien da und gesagt, naja, irgendwie Egner, Dolce Vita und Italien. Dann waren die ersten zwei Fälle in Innsbruck von italienischen Touristen, dann haben wir gesagt, der Westen von Österreich und zwei Wochen später waren wir im Lockdown und man dachte aber eigentlich, wie naiv ist man manchmal, obwohl man sich der ganzen Lage eigentlich bewusst sein könnte. Und ich denke, das macht es schon schwierig im Vorausschauen und Krisen vermeiden oder frühzeitig darauf einstellen. Und dann, wenn der Krisenmodus da ist, glaube ich, ist relativ einfach, der Hintrag hat sich angesprochen, es hat teilweise für manche auch keinen Sinn gemacht, etwas zu tun, weil es ist einfach nicht gerechnet hat. Für andere war aber umgekehrt wieder auch ein großer Rettungsgürtel da, wo ich mir dann manchmal gedacht habe, wo manche, glaube ich, auch die Stützungsmaßnahmen durchaus auch ausgenutzt haben. So, ich mit der Kurzarbeit fahre ich besser, bevor ich aufsperre. Also auch die Schattenseiten gibt es, die wir immer wieder haben. Also wo wirken Maßnahmen und wo wirken sie nicht oder wohin leiten sie. Und was für mich persönlich das jetzt doch Erstaunlichste ist, im Nachhinein irgendwie auch logisch, wir haben eigentlich immer geglaubt, dass es ganz schnell die Liquiditätskrise gibt. Und wir rechnen so Studien einfach immer wieder, also fiktive Kennzahl, aber wenn alle Kunden aufhören würden zu zahlen, wie lange könnten wir operieren ohne Kundengelder. Und wo man gesagt hat, das wird recht schnell, irgendwie gegen Ende des zweiten Quartals wird es bei ganz vielen ganz, ganz eng werden. Es gibt eigentlich keine Liquiditätskrise in dem Fall. Also vor dem her ist schon eine wirklich sehr, sehr spezielle Krise. Ich glaube aber, dass das Thema der zweiten Welle schon noch kommen wird. Und wir haben so das Thema gehabt, ist es ein V, ist es ein U, ist es ein L? Ich glaube, es wird eher ein W oder ein Doppel-W oder so sein, bis wir irgendwie dann ein Mittel gegen den Virus gefunden haben. Und also der zweite Lockdown spricht jetzt eigentlich eher für eine W-Formation. Also vielleicht da auch volkswirtschaftlich ganz spannend, die Frage des Verlaufs dieser Krise, V, wie die bedeutet, man kommt schnell wieder zurück zum Ausgangsniveau. Das W bedeutet, dass es eben Auf und Abs gibt auf der einen Seite, wenn ich es richtig verstanden habe. Und da gibt es ja, glaube ich, auch die Arena-Situation, wo man quasi treppchenweise wieder nach oben steigt. Aber derzeit sind wir wahrscheinlich eher im Blickwinkel dieses Ws aus der Volkswirtschaft heraus. Vielleicht noch kurz einen Nachsatz, Sie haben mich chronologisch schön dargestellt, quasi beginnend mit Kindern um die Weihnachtstage. Ich kann mich selbst noch erinnern, wir haben eine Freundin von mir, eine Medizinerin gefragt, ab so am 10. Jänner, was ist da eigentlich in Kinder los? Und die gesagt hat, naja, weiß man nicht und sie weiß auch noch nichts. Aber wenn man jetzt so sagt, gerade die Unternehmer an sich, die ja durchaus ja nicht nur im Tagesgeschäft, sondern auch Strategie und sie unterrichten ja auch Strategie dabei haben. Die Frage der Vorbereitung, war das da vielleicht ein bisschen Verdrängungsmechanismus, zu sagen, das kommt jetzt wirklich nicht zu uns? Oder war das der Tunnelblick, die Angst schon, da kommt schon was zu uns? Also wie würde man das charakterisieren? Ich weiß schon, die Fallgemeinung ist da immer ein bisschen schwierig, aber wo wäre die Tendenz? Ich glaube schon, dass es ein Unterschätzen war, das wir gehabt haben. Also bei mir persönlich, ich habe mir das angeschaut und habe gesagt, okay, das könnte kommen, aber irgendwie habe ich es dann nicht so gesehen, wie es wirklich gekommen ist, obwohl ich mich damit beschäftigt habe. Und es ist wahrscheinlich gar weniger das Negieren, man will es nicht wahrhaben, als irgendwie doch das Unterschätzen, wie schnell es gehen kann und in welcher Dimension es gehen kann. Wobei man fairerweise auch sagen muss, und das ist vielleicht, wenn man jetzt mal in den Rückblick schaut, finde ich schon eigentlich ein einmaliges Zeichen, was wir gemacht haben, um die Schwächsten der Gesellschaft zu schützen, haben wir eigentlich die gesamte Wirtschaft runtergefahren. Also hätte es den Lockdown nicht gegeben, hätte die Krise sich ganz anders entwickelt, wie immer sie sich entwickelt hat, kann man es nicht genau sagen, aber durch die Maßnahmen war plötzlich der Konsum unterbunden und damit ist das ganz schnell ins Rollen gekommen, eine Dimension, die wir vielleicht so nicht gesehen haben. Wir werden dazu auch noch später kommen, gerade wenn es um die Frage des nächsten vermeintlichen Lockdowns kommt, aber Generaldirektor, vielleicht können Sie uns auch noch mitnehmen in der Zeitreise in den Februar, in den März zu Beginn dieser Krisensituation. Was gab es da für Rückmeldungen der Kunden? Wir haben schon gehört, Liquidität ist das eine Thema, das ist da nicht so eingetreten, wie es manche vielleicht auch eingeschätzt hätten. Aber was waren da so die ersten Reaktionen, mit welchen Dingen hat sich dann auch hier die VKB-Bank gleich direkt beschäftigen müssen? Also jede Krise ist eine besondere und diese Krise ist unstrittig eine ganz, ganz besondere, weil sie natürlich weltweit und unmittelbar auf alle Menschen eingewirkt hat und wir haben schon gemerkt, dass es sehr viele Menschen und Unternehmen direkt ganz, ganz betroffen gemacht hat. Und wenn wir zurückblicken, dann war dieser Virus, der nach Europa gekommen ist, im ersten Schritt sicher von uns allen unterschätzt, weil niemand an dieses sogenannte Black-Sween-Ereignis geglaubt hat und weil sich auch niemand von uns so ganz individuell auf so ein Ereignis vorbereiten kann. Das ist aus meiner Sicht ja in dieser Dimension gar nicht möglich. Aber wenn wir zurückblicken, dann war diese Zeit des Märzes, wo das gesellschaftliche Leben, das öffentliche Leben heruntergefahren worden ist, sicher etwas ganz, ganz Einmaliges in der Geschichte, die wir selbst erlebt haben, aber auch in der Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg. Unsere Aufgabe war es zunächst, ein Teil der Versorgungseinrichtungen zu sein, nämlich offen zu haben, mit unseren Kunden in Verbindung zu bleiben. Das war die Grundaufgabe, Finanzdienstleistungen weiterhin zur Verfügung zu stellen, dafür zu sorgen, dass der Geldkreislauf einmal intakt bleibt, dass wir aber auch mit unseren Kunden über die Filialen, aber vor allem auch über Telefon und Digital in Verbindung bleiben und damit die Möglichkeit schaffen, dass zumindest das Mindestausmaß von Wirtschaft weiter funktioniert und wir auch dafür einstehen, als Versorgungsunternehmen genau das zu leisten, wofür wir da sind. Das war so der erste ganz wesentliche Grundauftrag. Das zweite war dann schon angesprochen, natürlich dafür Sorge zu tragen, dass wir Liquidität sichern, auch ein Grundauftrag von Banken. Wir haben dann mit unseren Kunden gemeinsam natürlich darauf geschaut, wo ist es notwendig, etwas zu schieben, also Stundungen einzuräumen und wo ist es notwendig, Zusatzfinanzierung zur Verfügung zu stellen. Die Republik Österreich hatte eine Reihe von Programmen ermöglicht und innerhalb dieser Programme haben wir unter anderem 47 Millionen an Überbrückungskrediten zur Verfügung gestellt. Das ist doch ein ganz großer Betrag, als Teil davon einfach dafür zu sorgen, dass die Liquidität zu den Unternehmen kommt. Was wir dann festgestellt haben, wir sind auch davon ausgegangen, dass die Liquidität knapper wird. Wir haben festgestellt, dass wir zwar die Liquidität eingeräumt haben, aber nur die Hälfte davon in etwa abgerufen wurde. Und wir haben auch damit gerechnet, dass unsere Kontokurrentkredite enger ausgenutzt werden. Auch das ist nicht eingetreten. Das war für uns überraschend. Also das Positive ist, es ist ausreichend Liquidität im Markt. Es ist es gelungen, diese Zeit zu überbrücken. Das ist wesentlich. Aber, und das ist das Entscheidende, wir blicken ja nicht nur über einen Monat oder zwei Monate oder drei Monate, sondern wir haben jetzt viele, viele Monate und das wird der zweite Teil unserer Diskussion sicher herausarbeiten. Was können wir jetzt tun, um die Zukunft gut zu bewältigen? Also die erste Aufgabe war, Geldversorgung sicherzustellen. Die zweite Aufgabe war, mit unseren Kunden in Verbindung zu bleiben. Die dritte Aufgabe war, Liquidität zu sichern. Und jetzt geht es darum, wieder einen Zukunftsblick zu schaffen und darauf zu schauen, wie können wir gemeinsam Investitionen möglich machen, wie können wir gemeinsam Weiterentwicklung möglich machen. Und generell, bevor ich dann gleich an die Wirtschaftskammer und dann den Leon Jindrak weitergebe und in Frage, wie es so mit den Maßnahmen gestanden ist und welche Maßnahmen sich jetzt besonders auch in dieser ersten Phase ausgezahlt haben, vielleicht kurz der Blick aus dem Bankenbereich. Und die VKB Bank hat natürlich unterschiedlichste Kundengruppen, unterschiedlichste Unternehmerinnen und Unternehmer. Wie war da so der Blick? Was war das, was wirklich jetzt ganz schnell und rasch in dieser Krisensituation auch den Unternehmern geholfen hat? Also was war da vom Bund, vom Land, von den Städten dementsprechend das, wo du sagen würdest, das wäre etwas Besonderes gewesen? Aus meiner Sicht sind es immer drei Themen, die wesentlich sind. Nämlich mit gemeinsamer Zusammenarbeit dafür zu sorgen, dass die unmittelbaren Probleme behoben werden. Betrieb aufrechterhalten, Lieferketten sicherstellen. Das ist also das Erste. Das Zweite ist natürlich, ausreichend Liquidität zu haben. Für jedes Unternehmen ist es unmittelbar erforderlich, liquide zu bleiben. Da war es sicher günstig, auch von der Republik, diese Überbrückungskredite zur Verfügung zu stellen. Und das Dritte war, jene Unternehmen, und das hat vor allem kleinere und mittlere Unternehmen ganz besonders getroffen, insbesondere aus der Dienstleistungsbranche, diesen Unternehmen zu helfen, im Markt zu bleiben. Also mit besonderen Töpfen dafür zu sorgen, dass der Umsatzrückgang in einer bestimmten Art und Weise abgefedert wird. Herzlichen Dank, Herr Vizepräsident. Ich würde gerne diese erste Runde abschließen, so mit diesem perspektivisch, was waren die wirtschaftlichen Maßnahmen von Bund und Land, von der Kurzarbeit, vielen anderen Punkten. Was würden Sie so einschätzen, war da das Wichtigste? Wie haben die auch geholfen? Und es gab ja hin und wieder auch die Kritik, das kommt vielleicht nicht so schnell an, nicht so rasch an. Wie ist da die Einschätzung seitens der Wirtschaftskammer? Ja, das Wichtigste war sicherlich einmal zuerst der Härtefallfonds, wo die Wirtschaftskammer auch viele Tiefschläge einstecken hat müssen. Die Wirtschaftskammer hat das übernommen. Dann war sicherlich die Kurzarbeit. Jeder Unternehmen ist vor der Entscheidung gestanden, kündigt die alle Leute oder geht in das Modell Kurzarbeit. Ich kann nur sagen, aus der Praxis und auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich gefreut. Wir haben keinen einzigen gekündigt und ich kenne Betriebe, die haben Mitarbeiter gekündigt. Und wollten es dann mit Wiedereinstellung und wie es dann soweit war zum Aufsperren, haben sie keine mehr bekommen, weil die alle was anderes gesucht haben. Also das vergessen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht. Ja, was war noch wichtig? Der Fixkostenzuschuss, der zwar jetzt anläuft und der zum Glück auch jetzt ausbezahlt wird, weil es war immer das Problem, es hat vieles, die Regierung gesetzt, Schritte gesetzt und es ist irgendwann einmal gekommen. Da hat es geheißen, nächstes Jahr erst mal die Bilanz gelegt wird und so weiter bei den Fixkosten, wo es wirklich ins Eingemachte gegangen ist mit, wenn ich sage, aus unserer Sicht mit Rohstoffe, die weggeschmissen worden sind, weil sie einfach nicht verarbeitet worden sind. Oder die Mieten oder bei anderen, wenn ich an Modehäuser denke, an Kollektionen, die einfach nicht verkauft worden sind und nicht mehr up to date sind. Also da hat es schon viele Maßnahmen gegeben. Oder wenn ich denke an den Lehrlingsbonus, den wir jetzt gesetzt haben, dass die Betriebe Lehrlinge aufnehmen, die 2000 Euro, die jeder bekommt. Oder, oder, oder. Es hat viele Maßnahmen gegeben, aber ein Punkt, der ganz wichtig ist, und das streiche ich immer heraus, das ist das Kapital, das wir haben, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die voll zu mir als Unternehmer gestanden sind, so wie ich zu Ihnen und genauso in der Wirtschaftskammer, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir gehabt haben, die viel einstecken müssen, aber die wirklich bis heute noch einen super Job machen und dem möchte ich auch Danke sagen in dieser Runde. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, auch da denjenigen, die dann am Samstag, Sonntag, das ja selbst das Unternehmen ja auch erlebt, dann in der Hotline gesessen sind und mit Rat und Tat unterstützt haben. Ja, ich glaube, diese erste Runde hat uns mal gezeigt, was ist da alles passiert seit März in diesem Jahr in Oberösterreich. Ich würde jetzt gern von dem, was ist passiert, hineinsteigen in die Frage, was lernen wir schon aus diesen Monaten, aus dieser Phasen der Krise. Also medizinisch gibt es ja mehrere Phasen, ich würde sagen, wir sind jetzt quasi schon in der dritten Phase in der Frage dieser Situation, einer permanenten Gegenwarts-, zweiten Wellensituation. Vielleicht jetzt gleich zu Beginn, Herr Professor Fink, rund um die Frage volkswirtschaftlicher Perspektive. Was sind da so die Learnings, was kann man da jetzt schon mitnehmen? Was wären da so die großen Schlagwörter, die jetzt sehr, sehr entscheidend sind, jetzt nicht nur um das nächste halbe Jahr zu kommen, sondern wirklich jetzt so die Perspektive, was wäre so etwas, wo man als Architekten auftreten würde und sagen würde, jetzt würden wir es neu gestalten? Also wenn man das wirklich aus der Architekturperspektive betrachtet, was in dem Zusammenhang sehr wichtig ist, ist, wenn man die Punkte auch aufnimmt, die wir in der ersten Runde angesprochen haben, die Besonderheiten dieser Krise, dass es sowohl Angebots- als auch nachfrageseitig de facto einen symmetrischen Schock gegeben hat, und das Erste, was perspektivisch wichtig ist, oder der zentrale Begriff, den ich als Überschrift vielleicht drüber schreibe, ist Balance. Wir müssen Balance finden aus Maßnahmen, die einerseits einmal dafür sorgen, dass Kaufkraft bleibt, also im Konsum, mit Abstand die größte Teil der österreichischen Wirtschaftsleistung, kommt aus dem Privatkonsum und da sind zwei Dinge wichtig. Erstens einmal muss ich dafür schauen, dass ausreichend Geld da ist, das ausgegeben werden kann. Das heißt also, Kurzarbeit beispielsweise ist ein ganz wesentlicher Punkt, der hier kaufkrafterhaltend natürlich gewirkt hat. Die Möglichkeit, das überhaupt zu tun, die politische Möglichkeit, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und die letzte Möglichkeit, und das ist vielleicht einer der ganz zentralen Begriffe, die man am Anfang schon angesprochen hat, der Begriff des Vertrauens, ist etwas, was die wirtschaftliche Komponente mit der sozialen Komponente verbindet und wo in der sozialen Komponente eine ganz notwendige Voraussetzung liegt. Denn wenn ich sage, ich sorge dafür, dass die Leute genug am Konto haben, aber das Misstrauen in das, was daherkommt, führt zu einem massiven Anstieg in eine Konsumsperre, dann kann man da sehr viel Geld verpulvern, aber es kommt nicht an. Das heißt, die Balance hier zu finden und dieser Vertrauensbegriff ist es auch auf unternehmerischer Seite. Alles, was Unsicherheit ist, das kann man zeigen, ja, hemmt Investitionen. Das kann man plakativ so sagen, dieser Zusammenhang gilt. Und auch da, also was wichtig ist, einfach um da rauszukommen, auch ein gewissen, und auch wenn die Nachricht nicht positiv ist, einen gewissen Plan zu schaffen, in der ganzen Unsicherheit Stabilität mitzugeben, wo die angesprochenen Maßnahmen natürlich helfen. Und der zweite Balancebegriff ist auch der, zwischen kurz- und langfristigen Maßnahmen zu unterscheiden. Also was jetzt einmal kurzfristig ganz wichtig war und ist, sind einmal diese Maßnahmen, wo wir jetzt ganz intensiv reingreifen, wo wir Kaufkraft erhalten mit Kurzarbeit, mit Zuschüssen, mit Moratorien. Das ist wichtig, aber gleichzeitig auch die längerfristige Perspektive nicht aus dem Blick zu verlieren, was mache ich für den Standort längerfristig. Also Wachstumsfonds beispielsweise, diese strukturellen Überlegungen, auch da muss sich eine Balance finden, weil nur das eine oder nur das andere nicht reicht. Und ich muss ganz einfach eine Botschaft mitgeben, es ist schwierig, in so einem volatilen Umfeld Vertrauen zu binden, aber all das, was ich tun kann, durch ein entsprechendes Umfeld, durch politische Maßnahmen und durch Kommunikation, ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, wirklich auch strategisch nicht nur jetzt die nächsten Monate, sondern auch darüber hinaus navigieren zu können. Das heißt, das Krisenmanagement ist, war es natürlich hauptsächlich auch Kommunikation. Sie haben von einer Balance gesprochen und dann von einem Bereich des Vertrauens. Und da würde ich Sie gerne, Herr Professor Losbichler, hier fragen, nachdem Sie auch ein wissenschaftlicher Vertreter oder ein der wissenschaftlichen Vertreter auch hier am Podium sind, eine Situation, die sich ja viele stellen in der Frage. Mittlerweile sehen wir in allen TV-Shows Wissenschaftler, meistens Virologen, meistens Personen, die sich tatsächlich bislang eher in den Universitäten aufgehalten haben, plötzlich einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden. Und vor kurzem habe ich auf YouTube ein Video gesehen von einer ganz spannenden deutschen Chemikerin, die insgesamt versucht, populärwissenschaftlich Dinge näher zu bringen. Und die hat das Dilemma der Wissenschaft näher dargestellt und gesagt, das Problem ist derzeit von den vielen Wissenschaftlern, die jetzt überall auftreten, uns versuchen, auch die Krise und auch die Pandemie zu erklären, dass sie dieses Wort erklären, aber nicht dieses So-Wort im Sinne von, was wäre jetzt die Ableitung daraus. Jetzt meine Frage auch an Sie, ist das quasi auch ein falsches Verständnis von Wissenschaft teilweise? Weil oft hört man ja auch, das sind nur noch Wissenschaftler, nur noch Expertenentscheidungen, die Politik, die sich dann raushalten. Wie würden Sie das aus Ihrem Blickwinkel heraussehen? Also persönlich glaube ich, dass wir glücklich sein können, dass die Wissenschaftler gibt und dass sie sich bemühen, ihren Beitrag zu leisten für die richtigen Maßnahmen. Im Rückblick ist man dann immer gescheit und das kann man diskutieren, wäre die eine Maßnahme dann doch besser gewesen als die andere und war der eine oder der andere Vorkast auch richtig? Also ich denke gerade so an die ersten Hochrechnungen vor dem Lockdown, die waren glaube ich doch relativ weit weg von dem, was dann gekommen wäre. Aber ich glaube, es bemühen sich im Moment wirklich sehr, sehr viele, irgendwie einen konstruktiven Beitrag zu leisten. Ich glaube, die Problematik ist dann das Übersetzen so, dass wirklich jeder versteht, was vielleicht das Wichtigste wäre. Weil wie es wirklich wird, weiß keiner. Also egal wie wissenschaftlich man ist und von dem her geht es glaube ich nur mit plakativen Beispielen und bei diesen plakativen Beispielen glaube ich es ganz wichtig, dass man vor allem auf die Stimmung auch nur mehr Rücksicht nimmt. Also du hast das vorher angesprochen. Wir haben nichts davon, wenn Geld da wäre und es wird nicht ausgegeben. Oder wenn die Leute alle sagen, ich tue nichts mehr und dann ist es der selbstgewählte Lockdown, den wir plötzlich herbeiführen. Und da gibt es glaube ich schon eine Verantwortung der Wissenschaft. Was sage ich und wie sage ich es? Das ist ja auch vielleicht der Punkt, auf den ich hinaus wollte, so quasi dieses Spannungsfeld, falsches Verständnis auch von Wissenschaft zu haben. Also im Sinne von nicht diesem kritischen Rationalismus zu sagen, ist wie die Wissenschaftsergebnisse auch überholt. Es kann ja auch überholt werden. Es wird ja natürlich jeden Tag was Neues belegt. Wir hatten ja gerade zu Beginn der Krise so viel Wissen über unser Unwissen. Und andererseits wieder die Erwartungshaltung, teilweise auch aus der Politik zu sagen, die verändern immer ihre Meinung oder umgekehrt, da gibt es die falsche Expertise. Das heißt, gibt es da so etwas, was auch ein Learning sein aus der Krise sein kann, dass wir ein neues Verständnis für wissenschaftliche Prozesse brauchen, dass wir vielleicht auch insgesamt hier in der Frage des Verhältnisses Politik und Wissenschaft eine neue Bestimmung, eine neue Ausrichtung brauchen? Das Verhältnis traue ich mir weniger beurteilt. Ich bin kein Politiker. Aber für die Wissenschaft, glaube ich, hat es selten solche Anlässe gegeben, die gezeigt haben, wie wenig wir eigentlich wissen. Sie haben es angesprochen und man darf sich nicht so gut sein, dass Wissenschaftler sagen, ich weiß es selbst nicht. Oder aus allen Überlegungen könnte es in die oder die Richtung gehen. Und man darf sich, glaube ich, auch nicht so gut sein, zu sagen, ich habe jetzt gelernt und ich habe es vorher anders gesehen. Aber das ist mit der Krise, wir haben vorher die Besonderheiten der Krise angesprochen. Ich glaube, es gibt keinen, der irgendwie exakte Prognosen machen kann. Egal, ob es virologisch ist oder ob es wirtschaftlich ist. Wir lernen alle an der Krise und da steht es, glaube ich, den Wissenschaftlern gut, entsprechend bescheiden zu sein und ihren Beitrag zu leisten, wo man sagt, das kann ich leisten mit meinem Wissen, das ich heute habe. Aber das macht ja das Krisenmanagement, wenn ich es so ganz wertschätzend, Sie als Zahlmensch bezeichnen darf, ja besonders schwierig, wenn man sagen kann, die Grundlage dieser Daten sind ja auch schon oft schwierig, beziehungsweise auch schwierig einzuschätzen, oder? Definitiv. Und ich habe es vorher gesagt, wir haben ganz fix mit der Liquiditätskrise gerechnet und sie ist gar nicht gekommen. Und wir analysieren jetzt, woran ist es gelegen. Mein Teil mögen die Stützungsmaßnahmen gewesen sein, aber das erklärt nicht alles und das werden wir aufarbeiten und dann haben wir wieder einen Erkenntnisstand für die nächste Krise, die auch kommen wird. Aber ich glaube, man muss an Wissenschaftler realistische Erwartungen haben und umgekehrt müssen die Wissenschaftler auch sich selbst entsprechend einordnen können. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt in dieser Diskussion. Herr Generaldirektor, vielleicht auch noch aus Ihrer Perspektive, so diese Trends, Learnings, Entwicklungen, gerade das Oberösterreich betrifft, auch dieses Wirtschaftsleben, was wären da so die wichtigsten Punkte, die wir jetzt schon mitnehmen könnten in der Vorbereitung? Ja, die nächste Krise kommt ja sicher. Also im Sinne von auch da schon mitzunehmen. Also das Wichtigste bleibt und ist das ständige Lernen aus meiner Sicht, nämlich in der Hinsicht, dass Leben immer Lernen ist und Lernen immer Leben ist. Es geht also aus meiner Sicht darum, genau jetzt wieder daraus zu lernen und es geht nur mit strukturierter und fundierter Arbeit, also ständig daran zu arbeiten und damit auch im Gespräch zu bleiben, gesprächsfähig zu bleiben mit anderen und mit anderen zusammenzuarbeiten und in dieser Zusammenarbeit die Kraft und Freude zu schöpfen, auch Zuversicht zu haben. Und was wir ganz sicher lernen ist, dass Vielfalt immer stabiler ist und lebensfähiger als Einfalt. Also die Vielfalt ist wichtiges Credo auch aus dieser Krise. Viele bezeichnen ja auch das Thema Anpassungsfähigkeit, also sich auch den neuen Umständen dementsprechend anzudeuten. Und ich möchte vielleicht auch mit diesem zweiten Teil beschließen und vielleicht gleich in den dritten Punkt gehen und da den Herrn Vizepräsidenten auch nochmal bitten, vielleicht auch am nächsten dran von uns allen, jetzt auch in Richtung Bundesregierung, was da morgen vielleicht auch noch alles erzählt wird. Vielleicht war da schon der heiße Draht zur Frau Präsidentin Doris Hummer und da vielleicht schon noch weiter. Wir stehen natürlich Aktualität vor morgen einer gewissen Weichenstellung. Ich habe gestern oder vorgestern im Spiegel gelesen, es ist ja das Paradox von der Gegenwart. Einerseits ist das, was wir am stärksten verhindern wollen, das, was uns am meisten hilft in dieser Krisensituation, also der Lockdown. Also fast weniger ist mehr, auch das wäre so ähnlich. Also in dem Fall, was kommt da morgen auf uns zu, beziehungsweise was bedeutet das auch für die oberstädische Wirtschaft? Ich denke jetzt nur an das Weihnachtsgeschäft im Handel. Ich denke jetzt nur an die Frage der Gastronomie, die ja schon vielleicht jetzt einen besseren Sommer erlebt haben, aber tatsächlich noch einmal zurückfallen werden. Was bedeutet das jetzt, was morgen rauskommt, wenn man so ein bisschen in Szenarien denkt? Gut, ich bin nicht der Bundeskanzler, aber seit gestern laufen die Telefone heiß und ich war heute schon mit meiner Präsidentin telefoniert. Ja, man muss sagen, es läuft ja jetzt sehr gut, dank Investitionsprämie und, und, und. Die ganzen Maßnahmen, die getroffen worden sind, das waren alle sehr optimistisch. Aber wie diese Woche wieder gekommen ist, der Lockdown steht im Raum und er wird im Raum stehen. Ich würde jetzt nichts prophezeien. Ich hoffe immer noch, dass er nicht so wird wie in Deutschland, weil es da wieder die Gastronomie trifft, die überhaupt nichts dafür kann, wo man nachweislich weiß, dass dort die wenigsten Infektionen sind und, und, und. Also natürlich ist uns die Gesundheit der Bevölkerung, des Mitmenschen und aller Mitarbeiter, Mitarbeiter wichtig, aber man muss an die Wirtschaft denken. Und was jetzt kommt, Sie haben es angesprochen, wann jetzt das Weihnachtsgeschäft ausfallen würde, es ist heuer Ostern ausgefallen, ich sage jetzt für viele Branchen, und dann der Sommer natürlich und jetzt die Weihnachtsfeiern und, und, und. Wenn jetzt das Weihnachtsgeschäft ausfällt, egal für welche Branche, es gibt natürlich, wie ich es am Anfang gesagt habe, Gewinner und Verlierer, dann weiß man nicht, ob dann das hoffentlich nicht eintritt mit der Liquidität. Kann man sich nur wünschen, dass die Maßnahmen, die unterstützt, einen finanziellen Gut sind, dass man eine gute Hausbank hat, die einen unterstützt, die braucht man an sich auch in diesen Zeiten und dass die Menschen optimistisch bleiben. Aber ich befürchte fast, und das ist meine Einschätzung, und ich habe schon gestern mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern die ersten wieder Krisengespräche gehabt, weil es bedeutet für uns, Gastronomie niederzufahren. Das heißt, schauen, dass nichts, keine Rohstoffe da sind. Was macht man mit den Mitarbeitern? Ich sage jetzt nur, Ende November ist Weihnachtsgeldauszahlung. Wie schaut es da aus? War alles im Lot, jetzt wieder alles neu. Das heißt, es geht richtig ins Eindmachte. Und ich hoffe nur, wenn die Maßnahmen kommen, die die Regierung setzt, dass auch dann die begleitenden Maßnahmen zur Unterstützung wirklich da sind, dass sofort Geld fließt. Und Präsident Mara hat das ja schon gesagt. Ich hoffe auch, dass er drauf bleibt. So geht es für meinen Präsidenten, dass Harald Mara drauf bleibt und sagt, der Lockdown darf nicht so kommen. Ein zweiter Lockdown, so wie er mehr zwar, das sage ich, ist auch meine persönliche Meinung, den überleben wir alle nicht. Außer einige Branchen wahrscheinlich schon, aber viele nicht. Und der wird auch nicht kommen, aber trotzdem, das Weihnachtsgeschäft darf nicht ausfallen. Herzlichen Dank. Herr Dr. Fink, wir haben gerade gehört, dass die Krisengespräche finden schon wieder statt in vielen Unternehmen. Viele bereiten sich doch vor, was auch immer da kommt. Wir wissen es nicht. Wir können nicht in die Kristallkugel schauen und sagen, da sind dort morgen die Maßnahmen. Aber jetzt rein aus volkswirtschaftlicher Hinsicht, also zu sagen, das jetzt zu tun, ist vielleicht sogar ein Rettungspunkt für das Weihnachtsgeschäft. Also so gab es ja auch einige Unternehmerstimmen, die schon gesagt haben, die Herbstferien dementsprechend eher zu verwenden für den quasi Soft-Lockdown und dann nochmal durchstarten zu können. Wie schätzen Sie das ein? Wie variabel ist auch die Wirtschaft beziehungsweise auch dieses Vertrauen und die Balance, von der Sie gesprochen haben? Weil ich glaube, die sind ja da ganz entscheidend. Ja, obwohl es jetzt sehr pessimistisch klingt, möchte ich ein Statement von Martin Kocher, vom IHS-Chef, da bringen. Der hat gesprochen, also eigentlich kann man sagen, wenn man in gewisser Art und Weise in eine Los-Los-Situation dahingehend, Sie zitieren quasi das, was am meisten hilft, das fürchten wir am meisten. Es ist ja nicht so, wenn wir quasi jetzt keine Maßnahmen setzen, dass das keinen wirtschaftlichen Impact hat, sondern wir sind auch da wieder in so einer Balance-Regelung drinnen. Auch da natürlich, je milder und je mehr man sagt, ich treffe hier auch Maßnahmen, ich nehme den positiven Effekt mit, ich stelle vielleicht Testing-Strategien um, das heißt, ich optimiere an dieser Stelle, kann damit vielleicht vermeiden, eine gewisse Schärfe abzumildern, aber es wird eine Optimierung sein. Also diese Alles-Gut-Welt, die gibt es nicht. Und ich möchte auf eine Sache noch hinweisen in dem Zusammenhang, es ist ja nicht dieser potenzielle neue Lockdown, der jetzt kommt. Wir haben über die Stützungen natürlich auch viele Probleme, das muss man auch sagen, auch in der Liquidität, ein bisschen in die Zukunft verschoben. Also Sozialversicherungszahlungen, wo es Stundungen gegeben hat, die Konkursanträge, die jetzt nicht gekommen sind, das muss man ganz transparent dazu sagen. Und in diesem Maß muss man dann sagen, okay, da optimiere ich jetzt und das ist auch meine Hoffnung an die Maßnahmen der Bundesregierung, so einen optimierten Mix da reinzubringen, aber man muss eben eine Sache mitdenken, auch wenn das jetzt milder wird, wird vor allem auch der Anfang 2021 herausfordernd sein, aber je mehr ich jetzt mit den Maßnahmen auch mitdenke, dann darüber hinaus, strukturell auch für Geschäftsmodelle wieder Perspektiven zu geben, das wäre wichtig. Das heißt, egal was passiert, ganz wichtig ist eine transparente Kommunikation und eine gewisse Kontinuität, soweit es halt möglich ist, im unsicheren Umfeld. Darf ich es noch ganz kurz bitten und bitte noch mal eine kurze Antwort, wir sind nämlich nicht mehr so lange live auf unserem Videostream. Kurzer Aspekt, man könnte ja ketzerisch sagen, in Wahrheit mit der Entscheidung des deutschen Lockdowns und der Situation, dass ganz Europa mehr oder weniger im Lockdown jetzt rund um uns ist, spielt es überhaupt noch eine Rolle, ob Österreich den Lockdown setzt im Sinne von der wirtschaftlichen Verflechtung in einer internationalen globalisierten Wirtschaft? Ja, definitiv, weil ein Thema, wir sind abhängig, natürlich ganz stark, aber die Stimmung macht man trotzdem im Inland und konsumiert, wie in Österreich, und das ist mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung, das heißt, ja, es macht einen Unterschied. Okay, ganz ein wesentlicher Aspekt, weil das könnte man ja auch anders sehen in einer globalisierten Wirtschaft, dass es eine andere Rolle geben würde. Ja, Herr Dr. Losbicher, vielleicht auch von Ihrer Seite noch so ein bisschen ausblickmäßig die nächsten Wochen, Monate, was kommt auf den Unternehmer zu? Wo sind da die Schwerpunkte mittelfristig, kurzfristig, aber natürlich dann in der Longrun, in der Langfristperspektive? Also mir liegt eigentlich nur eins am Herzen, die Leute kennen, glaube ich, doch sehr gut ihr Geschäft und brauchen keine besonderen Ratschläge, aber ich habe meine Blauegigkeit im ersten Lockdown eigentlich gezeigt und ich habe dann Ostern, also ich habe noch die Hoffnung gehabt, dass wir vielleicht mit nach Ostern doch wieder aufsperren dürfen. Ich habe in den Osterferien dann zu rechnen begonnen und gesagt, wenn, also Exponentialfunktion darf nicht sein und Reproduktionsrate maximal eins, damit wir die Intensivbetten nicht überfordern, dann heißt es irgendwie ein Plateau an Kranken, die wir uns leisten können. Ich habe das dann einmal hochgerechnet mit von mir ist durchschnittlich 14 Tage jetzt Krankheit, Covid und habe dann bis Herbst hochgerechnet. Ich bin halt dann, also wirklich in der Hausrechnung mit dem Hausverstand auf irgendwie 2% Durchseuchung gekommen. Und ich habe für mich damals eigentlich im April gesagt, im Herbst wird nichts anders sein, als es jetzt ist und wenn wir uns wieder so verhalten, wie vorher, wird auch nichts anders sein. Und das kann man jetzt, glaube ich, mitnehmen, für was wird kommen. Also bei allem, was jetzt wieder Soft-Lockdown oder was immer kommt, wir wären auch im Frühjahr dann bei einer Durchseuchung vielleicht bei 10% oder sein. Also Herdenimmunität und wir können dann ab dem Frühjahr wieder tun, wie wir wollen. Das wird sich nicht abspielen und wir werden mit dem Phänomen länger umgehen müssen. Und freilich werden wir besser verstehen, wie sich das Virus ausbreitet und irgendwann wird ein Medikament kommen, das vielleicht die Folgen abschwächt. Aber zu hoffen, jetzt über den schnellen Lockdown, egal ob das jetzt die Herbstferien nutzen oder die Weihnachtsferien in Deutschland, wird diskutiert, ob man dann 14 Tage nach den Weihnachtsferien die Schulen zulässt, damit nicht alle verseucht in die Schulen reingehen oder so. Also das wird es nicht sein. Es wird uns länger begleiten und ich glaube, auf das muss man sich einstellen. Und vor allem wahrscheinlich auf eine tagesaktuelle Einschätzung der Lage und die passiert ja, glaube ich, in vielen Unternehmen, in vielen Bereichen. Also herzlichen Dank auch für diese Runde. Vielleicht nur kurz zum Abschluss, weil Sie sind natürlich alle Vertreter auch im öffentlichen Leben und da ist vielleicht ganz interessant für Unternehmerinnen und Unternehmer, für Kunden und Kunden einfach zu hören, so wie Sie persönlich im Umgang mit dieser Krise sind. Es gibt manche Freunde von mir, die sagen, Sie schlafen seitdem schlecht. Es gibt andere, die sagen, ich arbeite jetzt doppelt so viel, um einfach was zu suchen. Andere haben sich ein neues Hobby geschaffen, um einfach ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Im Vorfeld dieses Gesprächs haben wir davon gesprochen, man kommt gar nicht mehr zusammen, ohne über Corona zu sprechen und darüber zu diskutieren. Und vielleicht darf ich, wenn ich Herr Dr. Fink kurz beginne, so Ihr persönliches Statement, wie gehen Sie mit dieser Belastung, die es ja auf jeden Fall ist, die das ja in einer besonderen, herausfordernden, schwierigen Zeit auch persönlich um? Ja, ich möchte diesen Begriff der Balance vielleicht auch da anführen, weil was von Volkswirten grundsätzlich erwartet wird, ist eine relativ kompakte Einschätzung, ja, was steht uns bevor, um auch als Politikberater tätig zu sein und einmal zu sagen, okay, das steht uns bevor, wenn du das tust, wird es wahrscheinlich da passieren, das passieren. Wir haben im Frühjahr dann etwas erlebt, was noch nie da war, nämlich, dass die Prognosen unglaublich auseinandergegangen sind. Es gibt zwar diesen Spruch, Prognosen sind unsicher, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen, aber das war eine Situation, wo man dann teilweise auch an der eigenen Berufsehre gezweifelt hat, wenn man sagt, okay, es kann das oder das passieren, man kann auch Tatpfeile werfen, also das persönliche Learning draus ist, es macht trotzdem Sinn, sich in der ganzen Unsicherheit mit dem Thema auseinanderzusetzen, denn auch wenn man ein Unternehmer, der hier beraten werden möchte, wenn man dem mitgibt, okay, das sind deine Szenarien, mehr kann ich da aktuell nicht sagen, aber selbst das zu wissen, mit ein bisschen Wahrscheinlichkeitsgewichtung, ist besser als nichts zu wissen. Und mit dem einfach umgehen zu können, dass die Diskrepanz von den Schätzungen fast beliebig groß sind, da ist einfach nicht die Lust zu verlieren. Also das Comeback der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ganz genau. Herzlichen Dank. Ja, Herr Jindrak, vielleicht Ihr persönliches Statement, wie gehen Sie damit um? Mehr Linzer Torte oder ist das? Eines, was wir gelernt haben daraus, ist, dass wir näher zusammenrücken müssen. Das heißt, man braucht seine Freunde, man braucht sein Umfeld, man braucht die Familie, man hat viel Zeit, wir haben viel weniger Termine, aber man ist voll gefordert und ich glaube, jede Unternehmerin, jeder Unternehmer ist mehr gefordert wie vorher. Ja, und ich glaube, man muss optimistisch bleiben und das sind wir. Ich kann gut schlafen noch. Ich habe, wie gesagt, schon tüchtige Mitarbeiter und Mitarbeiter, aber eines, was wichtig ist und das hat mir meine Frau verboten, mit manchen Leuten zu reden oder nicht mehr zu reden oder telefonieren, weil die auf gut Deutsch gesagt, die nur mehr abe zahlen und die schwarz malen und da muss man extrem aufpassen, wenn man ein gut Mensch ist und wenn man positiv denkt, dass man nicht von solchen Leuten nach unten gezogen wird, die nur schwarz malen und die das Schlimmste befürchten. Das gilt für uns Unternehmer auch in der Wirtschaft. Wir müssen nach vorne schauen und ich sage einmal, wir sind Unternehmer, wir müssen etwas unternehmen und nicht nur auf die Politik hoffen und auf Förderungen, sondern selbst das Ganze in die Hand nehmen und das ist mein Motto und das haben viele und darum werden wir auch diese Krise überstehen. Also auch der Mut zur Zuversicht und den Optimismus insgesamt noch bewahren, auch wenn es noch so schwer fällt. Ja, Herr Dr. Loswichler, Herr Professor. Ja, ich glaube, es gibt bei mir zwei Dinge. Das eine ist, die Tagesarbeit ist wirklich mühsam. Ich bin im Krisenstab und normalerweise, wenn man arbeitet, schafft man etwas und sagt, schau, das habe ich geschaffen. Jetzt weiß man ganz genau, okay, heute habe ich es geschaffen, morgen mache ich genau das Gleiche wieder, weil wieder eine neue Herausforderung kommt. Also wir haben heute Nacht mit einem Krisenstab, wir haben morgen Nacht mit einem Krisenstab und wir machen das, was wir jetzt, glaube ich, schon 20 Mal gemacht haben. Das ist durchaus von der Arbeit ein wenig frustrierend. Umgekehrt bin ich trotzdem sehr positiv denkend und wenn man jetzt zurückblickt an die Finanzkrise, wo es Leute gegeben hat, die wirklich alles an Wertpapieren verkauft haben und sich einen Bauernhof oder was gekauft haben, wo sie gesagt haben, nur dann kann ich mich selbst versorgen, wenn die gesamte Wirtschaft zusammenbricht. Heute lachen wir irgendwie darüber und jetzt haben wir eigentlich die Finanzkrise, die war ja harmlos im Vergleich zu Covid und wir werden garantiert in zwei oder drei Jahren auch mit einem Schmunzeln zurückblicken auf die Krise jetzt, wo wir sagen, war, war das damals irgendwie hart und sehe. Aber ich bin sicher, dass wir sie schaffen und ich glaube, wenn man sich in diese längerfristige Perspektive versetzt und zumindest diese Zuversicht hat, dass es gut wird und die habe ich, dann ist alles, was so kurzfristig mühselig ist, auch ertragbar. Das heißt, die Krise braucht die Perspektive und das ist so quasi die langfristige, in der Hinsicht, da wird alles besser und man braucht auch den Vergleich zu anderen Zeiten. Danke für das Learning. Herr Generaldirektor, ich darf Sie gleich bitten, Ihr Learning, Ihr persönlicher Umgang mit der Krise. Ja, ich empfinde es als anstrengend und strittig, aber es bleibt trotzdem konzentriert arbeiten, mit anderen im Gespräch bleiben, gemeinsam etwas unternehmen, so wie heute, daraus zu lernen, raus in die Natur und deswegen und trotzdem oder gerade deswegen und trotzdem positiv und lebensfroh zu bleiben. Okay, wunderbar und ich glaube, den Ball nehme ich gleich auf und darf mich jetzt von den Zuseherinnen und Zusehern im Videostream verabschieden. Das im Sinne von in die Natur zu gehen, ist glaube ich heute auch ein guter Punkt, im Sinne von auch nochmal zu entspannen und abzuschalten. Herr Generaldirektor, möchten Sie noch sich verabschieden bei den Zusehern und Zusehern im Videostream? Ja, alle, die in Oberösterreich sind und uns gemeinsam verfolgen, danke für das Vertrauen, danke für die Zusammenarbeit, danke fürs Dabeisein, einen schönen Freitagnachmittag, ein schönes Wochenende, auf ein Wiedersehen in der VKW-Bank.